Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Vitality 2 Deadfire. Wir haben am Ende der letzten Aufnahmesession, nachdem wir einen Seekampf hinter uns hatten und aufs weite Meer rausgefahren sind, hier das Heiligtum des Eidbinders entdeckt. Und untersuchen das gerade so, um vielleicht neue Sachen zu finden, irgendwas um an Geld zu kommen, weil Geld werden wir brauchen. Wenn wir mal einen sicheren Hafen finden, müssen wir nämlich ordentlich mal was in Heilmaterialien investieren und auch Kanonkugeln. Wow. Da ist schon die Sporlinie hinter uns her. Und die können halt... Oh, Willen verringern, okay. Er hat 50, das heißt er könnte theoretisch... ...Psychoklingen machen. Also er regelt auch jetzt ziemlich schnell dieses Zeug... äh, das Seelenzeug. So. Das war's mit den Sporlingen. Jetzt müssen noch die Feuchtsporen weg. Die könnten etwas... ...böser sein. Weil die haben normalerweise... Oh, jetzt ist der Speichel. Slok, kann ich rennen. Rollt die Flamme. Der da steht so ganz einsam, deswegen kriegt der die auch mal ab. Ab. Jetzt muss doch der da weg. Keiner hat ne Wunde durch irgendwas ekliges abgekriegt, das ist gut. Der golde Streitakt. Lederrüstung. Achso, das hatte der... ...Abenteurer bei sich. Ich will sehen, was ich finden kann. Und ich muss sagen, Anhofs Stimme klingt hier sehr geil. In dem... ...Gebiet. Gut, jetzt können wir hier runter in die letzte Etage. Oder die nächste Etage, besser gesagt. Wir sind jetzt auf der dritten. Mal gucken, auf welche wir jetzt kommen. Mal schauen. Mal schauen. bank. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das sieht recht klein aus irgendwie, oder auch nicht. Schleichen wir mal langsam voran, um zu sehen, was wir hier entdecken, vor allem an Gegnern. Da wäre ein Hebel zum Runterziehen. Also ja, wenn das so ein optionaler Dungeon ist, dann finde ich das sehr gut. Muss ich ehrlich sagen, weil so optionale Dungeons haben immer was für sich. Fand ich ja in anderen Spielen auch schon so. Balthus Gate zum Beispiel, also im ersten Teil. Wenn man schon eine freie Welt vorgeworfen kriegt, dann sollten es auch freie Dungeons, also freie erkundbare Dungeons sein. Die nicht unbedingt questrelevant sind, oder Hauptstory relevant. Oder für irgendeine Nebenquest, aber die einfach irgendwas, eine besondere Belohnung oder so. Naja, muss nicht unbedingt eine besondere Belohnung sein. Kann auch einfach nur ein bisschen Zeug sein. Ich bin echt interessant, wie viele Wege es hier jetzt gibt. Ich hätte gedacht, dass das jetzt wieder so weiträubig wird. Oh. Oh. Oswald und sei für deine Gründe verletzt. Warte, ich kann dich verletzen, ich kann dich alle rückwärts machen, einfach lass mich gehen. Deine Brüder fallen auf die Dörren, Oskarer. Würdest du sagen, das wird nur ein Verletzungen sein? Was? Ich habe nichts gemacht. Grennen wir mal rein. Als du die große Kammer am Unterhinter des Pybaminen betrittst, bemerkst du eine recht große Gruppe gut bewaffneter Personen, die mit Gewändern und Stahlgarotten bekleidet sind. In der Mitte der Gruppe kniet ein Mann, der an den Handgelenken gefesselt ist. Er sieht sich gehetzt um, seine Augen weiten sich, als er nicht erblickt. Vor dem knietenden Mann steht eine eindrucksvolle Frau. Ihr Gesicht wird durch die strengen Kanten einer wohl dicker Maske verdeckt. Naja, Woidika ist eher auf meiner Seite zur Zeit als auf deiner, wegen Eotas. Das weißt du nur nicht. Du hast die Beratung des Gerichts von Woidika gestört eindringen. Überlege dir deine nächste Handlung gut, andernfalls nur die Königin, die ein, zwar ihren Blick ebenfalls auf dich richten, hat sie schon. Der Mann auf dem Boden ist ein älterer Elf in schmutziger Kleidung. Sein verzerrtes Gesicht edelt dem eines gehetzten Tieres. Oh, danke der Gäste, bitte. Oh, danke. Geh mich aus, sie sind verrückt. Sie sind alle verrückt. Sie wollen mich ausgerechnet wegen Einbruchs richten. Sie sagen, ich hätte das an dierische Reich verraten, aber ich bin nicht mehr dorthin zurückgekehrt seit über 100 Jahren. Sei still oder bringe dich dazu, der Inquisitor knut Oswald an. Lege deine Absichten jetzt da oder stirb mit ihm. Sie richtet ihren stehlenden Blick auf dich. Durch die Schlitze in ihrer Maske kannst du nur das Offenste ihrer Augen wahrnehmen. Also sie sind zu viert. Der da sieht wie ein Krieger aus. Der da sieht eigentlich aus wie einer, der nichts kann. Sie könnte entweder eine Kriegerin oder eine Magierin sein. Und sie sieht wie eine Magierin aus. Verstammst du aus Unschuldigen, die Unschuldigen aus Trotz und aus Unvermögen? Oh, ich will hier nur eine Show durchziehen. Mach schon und töte ihn. Oh, ich will hier nur die Show durchziehen. Deine Arme verschränken und deinen mürrischen Gesichtsausdruck angreifen. Verdammst du die Unschuldigen aus Trotz und aus Unvermögen? Der Inquisitor mitzbilligt eine impertinente Frage. Sie greift ihr Schwerkauf und beginnt nach vorne zu gehen, hält aber plötzlich an. Sie ist unsicher geworden. Ihr Gefolgsleute tauschen spitze Blicke aus und sagen nichts, um sie herauszufordern oder zu verteidigen. Entschuldige. Inquisitor Ludwig, erkläre dich. Leda kracht, als die Hand des Inquisitors ihren Schwerkauf fest umfasst. Ich bin ein Wächter. Ich habe mit den gequänten Seelen gesprochen, die deinem Rechtsspruch unterlagen. Nicht alle waren schuldig. Ah, der Wächter von Kednuwa beerdet uns mit seiner Anwesenheit. Deine Taten sind in diesem Hof wohl bekannt. Ihr Turf war gefährlich kurz. Diejenigen, die versuchen, mich anzulügen, haben herausgefunden, dass man mir nicht einfach was weiß machen kann. Sag mir, Wächter, wie viele von diesen Seelen waren deiner Behauptung nach unschuldig? Eins. Die Stadt, die ich mehrere Momente lang intensiv an, ihre Augen sind unlesenlich wie die Maske, die ihre Gesichtszüge verdeckt. Auch wenn du die Wahrheit sagen solltest, müsstest du die Weisheit dieses Verfahrens erkennen. Stell dir das Geheimnisvoll vor, das durch das Zugestehen der Strafe erreicht wird, die diese schmutzige Kreatur verdient. Wäre es dir lieber, wenn dieses Monster auf Kosten der wahrlichen Unschuldigung auf freiem Fuß wäre? Und wer zieht sie dafür zur Rechenschaft, dem Geweinwohl gedient zu haben? Wer stellt sicher, dass sie nicht denen ähnlich werden, die sie verfolgen? Thaos hat ebenfalls geglaubt, dass er eine ganz eigene Autorität vertritt und er hat diese Autorität zum Nachteil sehr vieler Personen eingesetzt. Was ist mit diesem Mann? Die Todesstrafe wegen Eidpuchs ist eine extreme Maßnahme. Ich sehe nur selbst Justiz. Jeder Fehler in deinem Urteil beweist meine Argumente. Ich beuge mich dem Urteil des Gerichts, mach weiter. Ein maskierter Mörder, der mich über Gerechtigkeit aufklären will, das ist stark. Angreifen. Das würde ich eher als Paladin sagen. Nehmen wir mal das Zweite. Du hast keine Befugnis im Gericht von Wodika. Nur die Könige, die er einst war, hat hier das Sagen. Ich bete, dass deine Seele bei der nächsten Runde auf dem Rat aus deinen Fehlern lernt. Oh. Hey, Boys. Oh, es sind doch mehr als gedacht. So, hat das gewirkt? Hat sie es gemacht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Achso, sie ist noch dabei. Und das jetzt? Okay, wer ist... Das sind ganz schön viele Agenten. So, Das ist nicht so schön. Gut, das hat ihm gerade noch so den Hintern gerettet. So, das hätten wir früher machen sollen. Ah, Alof? Untertitelung des ZDF, 2020